Auto Serity präsentiert Ihnen heute Mercedes-Benz G63 Modelljahr 2018 das neueste Fahrzeug auf dem Markt mit ZB8 Code Exclusive Edition also drin drin komplett alles aus rot Außen schwarz in großen Felgen 21 Zoll wie gewohnt bei uns zu sehen die ersten Fahrzeuge weltweit tax-free wir bieten den besten Service regional Außenmodell 2080 mit ZB8 Code besticht in Carbon hier sehen Sie die ganzen Leisten sind alle komplett aus Carbon demnächst kommt das komplette Modellwechsel ab Januar 2018 zu bestellen zu haben ab Juni 2019 die ersten Fahrzeuge innen drin komplett alles aus rot das Modelljahr 2018 mit ZB8 Code unterscheidet sich dadurch das komplette alles in rot gearbeitet wurde schauen Sie sich bitte hier an die Aschnergurte sind auch in voll rot das Unterteil ist hier ist komplett in rot gehalten auch das Lenkradkranz ist in rot teilweise Fahrzeug hat beheizt und beliftet die Sitze das neue Modelljahr-Wechsel-Monitor ist komplett aus Touchscreen Das ist komplett aus Touchscreen Soundcheck Soundcheck Ich kann da noch einmal mit Schildachdoppeln sehen, dass ich auch nicht film. Das war's für heute. 1 Mann 1 Engine Handcrafted by Markus Stefan www.autoseridin.de Autoseridin Germany, Premium Luxury Cars Weltweiter Export, kommen Sie zu uns Hier wird Ihnen geholfen Wir haben hier die ersten und die besten Fahrzeuge auf dem Markt Die luxuriösesten Schiffe, was es gibt www.autoseridin.de Autoseridin Germany